Äh, EMP-Mine, Blendgranaten, Geräuschemacher. Ich wechs grad mit dem Trink zusammen. So wie es aussieht, kann ich jetzt ans Terminal gehen? Hm? Oder auch nicht. Ich will ja nur ans Terminal kicken. Diese Scheiß hier, wenn ich das bewege, merkt er das. Weil ich dieses Eiche alles merke. Nein, 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 nein. Drecksvieh. Das kann man echt da hinten rum. Soll ich ein Eis kaufen gehen? Ich will doch nur das Terminal lesen. Hallo? Hallo? Morgen, Freeman! Morgen, Freeman! Insider, wer das letzte Video geguckt hat. Hat ein Video geguckt, hat mich tierisch gefreut. Also scheint dann dieses Video relativ gut an. Das ist natürlich super. So Leute, ich muss jetzt doch mal einmal gucken können, was da ist jetzt da. Jetzt kann man jetzt da hinten rum. Das meine ich, das ist, das ist nicht gruselig, das ist nervtötend. Ich will echt mal so ein Spiel machen, wo ich mir richtig gruseln kann, Alter. Oh, sorry. Lauf dich zu bewegen, du Lappen. Es ist eigentlich nur noch nervtötend. Ich will dir diesen scheiß Terminal angucken. Dann sollte man Terminal nicht einbauen, wo sie halt, wo halt das Alien rumgammelt. Vor allem, wie langweilig muss diesem Alien eigentlich sein? Verschwitz irgendwann mal wieder in einem Gully-Deckel oder sowas. Fuck. Vor allem, ich hab's nicht gesehen. Ich seh's nicht. Ist es hier zu dunkel eingestellt, oder was? Dann werdet ihr auf YouTube natürlich noch weniger sehen können. So Leute, wisst ihr was? Arschlecken. Ich guck mir jetzt dieses fucking Terminal hier an. Ey, du musst jetzt warten. Äh. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ...dinn...dinn...dinn...dinn...dinn...dinn... Äh... Ja gut, hab ich gesagt, dass ich den Text, verende! Ja gut, das hab ich, aber... Egal. Weswegen? Warum? Um alles... Warum?! Das ist doch mal so. Das ist cool. Ich beschwere mich nie wieder über das Spiel. Alles cool. Nein, ich beschwere mich nicht mehr über das Spiel. Ist in Ordnung. Ich habe es verstanden. Ich kann noch tiefer bücken. T-Baggen. Später reisen nach Jerusalem oder sowas. Plumsack geht um. Bumm, weg ist er. Ich will noch weiter. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Immer schön mitmachen, Leute. Immer schön tief einatmen. Und immer aus der Brust rausatmen. So macht es richtig. Los, die mühen Beine. Auch sie, meine Dame. Ganz da hinten. Hoch und runter. Die Beine schön dabei einwinkeln. Und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und... Okay. Jetzt kommt er wieder hier lang gerannt. Geht wieder da rein. Dann wieder hier rein. Alter, das nächste Mal, wenn er hier reinkommt... Boah, die Idee, Alter. Die Idee. Weil er die Tür aufmacht... Und sie wieder zugeht. Blendgranate. Die Tür zugeht, sie wird die Blendgranate los. Und dann boom, Alter. Und dann ins Gesicht, Alter. Und dann, die Tür aufmacht. Und dann ins Gesicht, Alter. Und dann bin ich in der Tür... Und dann bitte da rein. Und dann wenn wir in der Tür... habe ich geblendet ich weiß es nicht hallo scheiße okay das funktioniert schon mal nicht leute da es eh nur noch 10 minuten sind und ich eh wahrscheinlich nicht weit vorwärts komme beende ich die ganze show hier schon mal ich bin abmich fürs zusehen wie immer schrullt alles in die kommentare vor allem ob ihr vielleicht ein paar ideen habe wie ich mein problem mit roxio xbox 360 und stream hinkriege weil wie gesagt der ton immer ein bisschen schneller ist als halt das spiel an sich ja danke mich fürs zusehen vielmals scheißen die kommentare ansonsten sehen wir uns hoffen wir euch irgendwann mal online tschauuuu